Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Bundesliga-Prognose des 11. Spieltags. Denn auch an diesem Wochenende geht natürlich die Bundesliga in eine neue Runde. Und das erneut nach einer englischen Woche, denn es stand ja und steht immer noch der DFB-Pokal an. Wir haben folgende neun Partien im Programm. Am Freitagabend das Karnevalsduell, wenn man denn so möchte, zwischen Mainz 05 und den 1. FC Köln. Aber natürlich haben wir hier auch zwei wirklich gute Teams mit dabei, die am vergangenen Wochenende auch jeweils ihre Siege feiern konnten. Freiburg empfängt zudem Werder Bremen. Zwei Teams hinter bislang absoluten Top-Saison. Letzte Woche für beide aber ein kleiner Rückschlag. Die TSG Hoffenheim ist auf Kurs Champions League und gerade einmal zwei Punkte hinter den Bayern. Und nun geht es also im direkten Duell gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Und natürlich ist klar, der FCB hat nur ein Ziel, den nächsten Sieg, um Union Berlin näher zu kommen. Augsburg gegen Leipzig ist ein Mittelfeld-Duell. Man mag es kaum glauben, wenn man da über RB spricht. Aber es ist eben so. Gerade mal zwei Punkte trennen diese beiden Teams. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil beide Teams auch unterschiedlich gut drauf sind. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Dortmund gegen Stuttgart. Zwei Teams, die ja auch eine schwierige Saison ein bisschen haben. Dortmund letzte Woche 0-2-Pleite gegen Union abgerutscht auf Platz 8. Trotzdem haben wir nur drei Punkte hinter Platz 2. Und der VfB Stuttgart hat große Abstiegssorgen. Pellegrino Matarazzo ist weg. Und es gab jetzt den Sieg gegen Bochum. Das gibt Vertrauen. Ob es für Dortmund reicht, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Zudem Leverkusen gegen Wolfsburg. Zwei individuell starke Teams, die bislang hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und im Abstiegskampf sind hier auf jeden Fall ein Krisen-Duell mit Chancen für beide. Topspiel der Woche ist auch durchaus vollkommen verdient. Ein Topspiel vom Namen her. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Das ist Platz 6 gegen Platz 5. Nur ein Punkt trennen die beiden Teams. Und damit für jeweils eine Mannschaft natürlich im besten Fall durch einen Sieg die Chance. Ganz weit nach oben zu rücken. Bochum 18. Empfängt Union 1. An sich klare Voraussetzungen. Rein tabellenmäßig gesehen, ob zum Ende so klar werden wird, ist sicherlich eine spannende Frage. Und dann haben wir noch Abstiegskampf pur. Zwischen Hertha und Schalke 15. Gegen 17. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und damit sehen wir, in diesem Spieltag steckt mal wieder extrem viel drin. Und jetzt gibt es meine neuen Tipps. Logischerweise starten wir am Freitagabend mit dem Blick nach Mainz. Die 05 war empfangen den 1. FC Köln. Mainz hat es ja letzte Woche geschafft, den Bremer Höhenflug erst einmal zu beenden. Man konnte in Bremen mit 2 zu 0 gewinnen durch eine kontrollierte, gute Leistung. Und ich denke mal, damit waren alle Mainz am Ende zufrieden, nachdem man ja auch in den vorherigen Spieltagen ja schon auch ein paar Punkte hat liegen lassen. Jetzt geht es gegen den 1. FC Köln, die nach der Derby-Pleite gegen Gladbach letzte Woche eine gute Reaktion gezeigt haben. Mit 3 zu 2 konnte man ja Augsburg schlagen. Es war ein enges, es war ein wildes Spiel, wo man ja auch 0 zu 1 zurückgelegen hat. Man hat sich aber immer wieder wehren können. Man hat auch ja peu a peu es geschafft, offensiv mehr Aktionen zu liefern. Und deswegen das Ding am Ende auch gewonnen. Deswegen aktuell Siebter mit starken 16 Punkten. Für beide natürlich aber auch die Gelegenheit, oben nochmal mehr reinzuspringen. Köln ja 16 Punkte, Mainz auf Platz 11 mit 15 Punkten. Das zeigt natürlich auch, wie eng es einfach vom Tabellenplatz 2 bis hin zu Platz 11 einfach punktemäßig ist. Da ist vieles drin und auch in diesem Spiel ist vieles drin. Es wird eng, es wird glaube ich höchstens, ja aber das wird, wenn es einen Sieger gibt, ein Tordifferenz-Sieg viel mehr auf jeden Fall nicht. Und deswegen gehe ich hier von einem 2 zu 1 Auswärts-Sieg des 1. FC Kölns aus. Freiburg empfängt Werder Bremen. Ich glaube, fußballerisch kann das auf jeden Fall ein richtig schönes, attraktives Spiel werden. Mit zwei Mannschaften, die bis hierhin eine richtig gute Saison spielen, letzte Woche beide aber verdient verloren haben. Freiburg war ja in München zu Gast, 0 zu 5 unter die Räder gekommen. Ja, es kann mal passieren, man hat natürlich sehr, sehr viel Belastung, man hat viele Spiele, man hat bislang eine richtig gute Saison gespielt. Dann kannst du eben auch mal in München untergehen, wenn die Bayern auch eben gut drauf sind. Werder Bremen hatte auch nicht so einen guten Nachmittag gehabt am Samstag gegen Mainz mit dieser 0 zu 2 Heimpleite. Auch das war durchaus gerecht. Man konnte da nicht allzu, ja alles von dem zeigen, was man in den letzten Wochen so gezeigt hat. Aber auch das ist natürlich kein Beimbruch. Man steht mit 15 Punkten auf Platz 9. Das ist eine überragende Ausbeute. Punktemäßig trennen die beiden Teams nur drei Punkte. Ich sehe Freiburg individuell auf jeden Fall aber stärker. Ich glaube auch, dass die das Spiel bestimmen können. Aber Bremen vor allem auch wieder durch Effizienz erfolgreich sein wird. 2 zu 2 unentschieden. Hier meine Prognose. Hoffenheim gegen Bayern. Das waren ja in den letzten Jahren vor allem auch in Sinsheim immer wieder spannende Spiele. Auch teilweise mal wilde Spiele. Ich bin sehr gespannt, was uns da dieses Jahr erwartet. Denn das ist natürlich ein Top-Duell, wenn man auf die Tabelle blickt. Hoffenheim 4. 17 Punkte. Bayern 2. 19 Punkte. Und deswegen glaube ich alleine deswegen, dass Hoffenheim Bayern schon wehtun kann. Die TSG hat letzte Woche mit 3 zu 0 auf Schalke gewinnen können. Auch dort vor allem wieder über Konterstärke sehr, sehr erfolgreich gewesen. Guter Kombinationsfußball. Vor allem auch mit dem Tempo in der Offensive kannst du Bayern sicherlich wehtun. Der FCB ist aber natürlich auch wieder da. Zumindest wenn man auf die letzten Ergebnisse so schaut. Jetzt mittlerweile Zweiter. Klar, immer noch vier Punkte hinter Union. Aber nicht mehr ganz so weit weg. Letzte Woche der starke 5 zu 0 Sieg gegen Freiburg. Und ich glaube, der FCB macht so weiter. Am Ende gibt es hier ein 3 zu 1 Auswärtssieg. Augsburg empfängt RB Leipzig. Und ein Duell ist das sicherlich, was vor der Saison relativ klar war. Augsburg eher Abstiegskampf. Leipzig, Champions League, wenn nicht sogar Meisterschaftskampf. Ja, zehn Spieltage später trennen die beiden Teams nur zwei Punkte. Und beide sind im Tabellenmittelfeld. Mit Chancen in alle Richtungen. Denn man muss natürlich dazu sagen, Augsburg ist sozusagen nur fünf Punkte weg vom Platz 16. Also auch das kann innerhalb von ein, zwei Spieltagen wieder ganz anders aussehen. Leipzig ist aber halt auch nur vier Punkte weg vom Platz zwei. Und das sagt natürlich auch einfach schon sehr, sehr viel aus über die Ligadichte. Und eben auch, dass die Tabelle noch nicht diese ganz krasse Aussagekraft von den einzelnen Positionen so hat. Leipzig hat ja letzte Woche gegen Hertha BSC mit 3 zu 2 gewinnen können. Eine gute erste Hälfte gespielt durch Effizienz 3 zu 0 geführt. Eine schwache zweite Hälfte gespielt, wo es dann nochmal richtig eng wurde. Und genau solche Spiele, wenn RB so auftritt, hat Augsburg sicherlich eine Chance. Die haben letzte Woche gegen Köln mit 2 zu 3 verloren. Dadurch der kleine Höhenflug ein bisschen vorbei. Und schafft es Leipzig aus der zweiten Halbzeit gegen Hertha gelernt zu haben. Dann ist hier sicherlich ein Auswärtssieg realistisch. Und deswegen tippe ich hier auch mal auf ein 2 zu 0 für RB. Dortmund gegen Stuttgart haben wir dann noch am Samstag Nachmittag. Und der BVB ist unzufrieden. Letzte Woche gegen den Tabellenführer Union Berlin 0 zu 2 verloren. Und vor allen Dingen die Art und Weise, erst recht wie die Gegentore so gefallen sind. Hat natürlich schon sehr viel für Ärger auch gesorgt. Aber auch das Offensivspiel war zu schwach. Man hat wirklich in der 2. Halbzeit auch lange gebraucht, bis man 1-2 richtig gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer hatte. Anders war das beim VfB Stuttgart. Die gegen Bochum den erlösenden ersten Saisonsieg feiern konnten. 4 zu 1 am Ende gewinnen können. Klar, der Spielverlauf war natürlich auch super auf deren Seite. Man ist früh einzeln in Führung gegangen. Der VfL hat es verpasst, es 2 zu 2 zu machen. Dann macht man wiederum das dritte Tor, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Deswegen, das war natürlich schon top für Stuttgart. Deswegen aktuell 14. mit 8 Punkten. Aber halt auch punktgleich mit dahinter Hertha, Leverkusen, Schalke nur 2 Punkte weit weg. Deswegen ist das noch lange keine bessere oder richtig gute Ausgangslage. Aber natürlich deutlich besser als noch vor ein paar Spieltagen. Jetzt hat man nach Dortmund. Dortmund ist für mich der Außenseiter. Kann den BVB aber sicherlich ärgern. Weil man ja gesehen hat, dass das eben dieses Jahr bei Dortmund durchaus gut möglich ist. Am Ende gibt es aber wie so oft dann doch einen Dortmunder Sieg. Aber auch wie so oft in der aktuellen Saison sehr, sehr knapp. 2 zu 1 sage ich mal hier. Und dann haben wir noch Leverkusen gegen Wolfsburg. Wolfsburg 16. gegen 13. Die beiden Teams trennen gerade mal 2 Punkte. Wolfsburg kommt aber ja zumindest so langsam in Form. Zumindest rein spielerisch ist das schon mal deutlich besser als an den ersten Spieltagen. Rein ergebnis technisch gibt es natürlich immer noch Luft nach oben. Aber letzte Woche das 2 zu 2 gegen Gladbach war gut. Man hätte sogar kurz vor Schluss gewinnen können. Darauf kann man halt aufbauen. Leverkusen hat ja gegen Schalke diesen erfolgreichen Auftakt gehabt. Dann die Pleite in der Champions League. Ja und dann das Ding gegen Frankfurt letzte Woche. 1 zu 5 verloren und defensiv unglaublich große Probleme gehabt. Aber auch offensiv nicht wirklich das zeigen können, was man kann. Und deswegen ist man 16. Und das ist natürlich ein Tabellenplatz, der alles andere als gut ist. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es jetzt da gegen Wolfsburg gehen wird. Viele haben ja nach dem Schalke-Spiel gesagt. Xabi Alonso ist der Messias. Viele haben jetzt schon wieder gesagt, er kann ja doch nichts. Das ist natürlich wieder typisch Medien und Fußball in der aktuellen Zeit. Ich sage, Leverkusen wird hier wieder ein deutlich besseres Gesicht zeigen. Es wird ein enges Ding gegen Wolfsburg. Die werden gut mitspielen. Am Ende gibt es einen torreichen 3 zu 2 Heimsieg. Gladbach gegen Frankfurt ist das Topspiel der Woche. Zwei Teams, die mit Selbstvertrauen kommen. Und ich glaube, wir werden hier auch ein gutes Fußballspiel sehen. Gladbach konnte ja vorletzte Woche den Derbysieg feiern. Letzte Woche eben dann das Unentschieden in Wolfsburg. Ich glaube, ein Punkt, den man so mitgenommen hat. Nicht mehr, nicht weniger. Und Frankfurt konnte halt nach dem Bochum-Ding das wichtige Spiel gegen Leverkusen gewinnen. Und das ja deutlich mit 5 zu 1. Vor allem spielerisch offensiv war das teilweise richtig, richtig stark, was da Lindström, Kolomuani und Co. gemacht haben. Und genau damit will man natürlich nun auch Gladbach gefährlich werden. Ich sehe hier zwei Teams auf einem Niveau. Deswegen wundert es auch nicht, dass Gladbach Sechster ist, Frankfurt Fünfter. Und nur ein Punkt dazwischen ist. Gleiche Tordifferenz und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich hier unentschieden 1 zu 1. Bochum gegen Union Berlin. Eines von zwei Sonntagsspielen. Der VfL bislang unterletzt mit einer Ausbeute, die ja okay ist. Man hat drei Spiele gehabt, drei Punkte geholt. Damit hast du auf jeden Fall eine Chance im Abstiegskampf, wenn es halt zu Saisonbeginn auch schon so gewesen wäre. Man konnte ja Frankfurt besiegen. Beide Auswärtsspiele hat man aber deutlich verloren. Und jetzt kommt mit Union Berlin natürlich ein Gegner, der sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Und die Unioner sind ja auch weiterhin ungeschlagen. Einfach mal von zehn Spielen 23 Punkte geholt. Letzte Woche den BVB vollkommen verdient besiegt. Natürlich wieder mit den Mitteln, die Union Berlin so hat und die sie gerne nutzen. Ein gutes, solides Spiel gemacht. Aber damit eben auch dafür gesorgt, dass Dortmund selber große Probleme hatte. Und es ist einfach der Wahnsinn, was Union dieses Jahr so macht. Jetzt hört man nach Bochum, Anne Kastropa. Ich glaube nicht, dass man dort 2-3-0 gewinnen wird. Ich glaube aber schon, dass man eine gute Chance hat, je drei Punkte mitzunehmen. Bochum wird sich wehren. Es wird ein enges, es wird glaube ich auch ein sehr, sehr zähes Ding. Und am Ende, vielleicht nach einem Eckball, nach einem Standard, nach einem Einwurf, was weiß ich, macht Union das 1-0 und gewinnt das Ding, wie schon in Stuttgart. Knapp, aber sie würden es bei mir gewinnen. Und dann haben wir abschließend noch Hertha BSC gegen Schalke 04. Und das ist natürlich ein Duell im puren Abstiegskampf. Hertha 15. mit 8 Punkten, Schalke 17. mit 6 Punkten und der S 04 mit 4 Pleiten in der Bundesliga in Folge. Und genau andersherum läuft es aber Hertha ganz gut. Klar, letzte Woche gab es die Pleite in Leipzig. Man ist eben auch im Abstiegskampf mittendrin. Aber die Form ist auf jeden Fall ansteigend. Die Art und Weise, wie Sandro Schwarz Fußball spielen lassen möchte, kommt auch immer besser an. Und vor allem auch die zweite Hälfte gegen RB hat natürlich Mut gemacht. Für mich ist deswegen auch Hertha hier der Favorit gegen Schalke. Ich bin auch sehr gespannt, wie S 04 oder wie die Abwehr vom S 04 mit Herthas Geschwindigkeit klarkommt. Ich glaube, das könnte ein großer Faktor sein. Aber Hertha kann natürlich auch vor allen Dingen dann mit Pressing, mit Umschaltfußball erfolgreich sein, wenn der Gegner gerne das Spiel macht. Das macht Schalke ja nicht. Deswegen werden sie sich, glaube ich, schon noch ein bisschen abtasten, vielleicht noch ein bisschen neutralisieren. Und deswegen sage ich hier am Ende 1 zu 1 unentschieden. Und damit sind das meine neuen Tipps für den 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und so würde dann auch die Tabelle aussehen. Union Berlin bliebe Erster weiterhin mit 4 Punkten Vorsprung auf die Bayern, die aber eben auch selber dran blieben. Ansonsten wäre dann der 1. FC Köln Tabellen Dritter mit 19 Punkten. Aber natürlich haben wir hier auf Platz 11 Mainz mit 4 Punkten gerade mal weg. Deswegen von Platz 3 bis dann hier Platz 11 ist ja unglaublich eng. Freiburg wäre Vierter. Dortmund würde wieder einen Schritt nach vorne machen. Frankfurt überholen. Leipzig würde einen Schritt nach vorne machen. Hoffenheim, Gladbach würden ordentlich abrutschen und trotzdem nur 2 Punkte weg sein von Platz 3. Und dann haben wir eben im Mittelfeld erstmal Augsburg, Leverkusen. Wobei natürlich auch dann, wenn die Ergebnisse alle so sind, wie ich es jetzt immer getippt habe, wir von Platz 12 bis Platz 17 auch gerade mal 6 Punkte haben, was auch nicht wirklich viel ist. Bochum bliebe dann mit 4 Punkten auf Platz 18 erstmal hinten dran. Und somit ist das meine Bundesliga-Prognose für den 11. Spieltag. Schreibt eure Meinung dazu und auch mal gerne eure neuen Tipps in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.